Jo Leute und damit Herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo mit Pilly Pilly Craft wieder. Also in diesem Infovideo geht es darum, dass seit wir das neue Update haben, dass wieder viel schief gegangen ist. Erstes, erstes Joy, okay. Bin bedeutet. Du auch? Ne, also es ist was schief gegangen, nämlich unsere Welt. Doch, ja. Ähm, unsere Welt ist nicht mehr verfügbar, leider. Ja. Tragisch, aber... Du stehst, Alter, wo stehst du bitte? Äh, okay. Verläuft. Ja, unsere Welt sind leider nicht mehr da. Wir können nichts machen, seit jetzt eine Version, die wir uns jetzt gegönnt haben. Weil wir einfach mal dachten, neues Geben ist alles viel besser. Letzter Blog und alles. Wir haben uns gesagt, ja, holst es. Und jetzt ist aber unsere Creative Welt jetzt, die wir euch gebaut haben, also mit euch gebaut haben, zum Teil. Mit Anfang. Dafür wollte ich mich erst mal auf jeden Fall geschuldigen, aber da... entschuldigen, aber dafür... Oh, ja, ich bin gewesen. Nein. Nein. Aber dafür wollen wir jetzt erst mal ein paar weitere Geld und online, wie jetzt... bringen. wenn... wir wollen... wir wollen zertun. Ich betracht, was wir wollen. Das ist richtig. Das ist das. Ich bin deswegen... Ich bin... Ich bin Putz, ich bin... ich bin... Kostüm Kostüm der Kostüm und die Kostüm Nö Kostüm vor allem war das kommt nicht in den 4 k mit dem Motto ist k da hat er noch gut gelockt k k k doch ein Wurzelkuhl die Bedeutung und hat die Erklärung und wird die Gute Kumpel und mal das kann ich sein nein ich hab ihn so gut geht die Städte auch noch gebraucht nur ein 5 die Gäste egal ich werde ich ein bisschen und es verweckt ich werde ich ein bisschen informiert und drohen also wir wahrscheinlich schon jetzt wie du gehört hast wir fahren in den Urlaub und haben sehr viel Vorproduktionsstress und ja und wir sind geschloss weil wir noch ein paar Videos machen müssen irgendwas komisches sagen ja ok ist der Reihe ganz spät noch ja ok es tut uns auch sehr leid das das ist halt sag mal ähm äh so hat er einen oh der hat ein Bier ok naja und das ist halt ein bisschen tragisch mit den Servern und so die wir uns erstellt haben weil da haben wir auch Arbeit reingetan alle Videos und so ja ich kann nicht alles schlagen ich konnte gerade einschlagen ok naja und es ist ein bisschen blöd gelaufen sagt was man so und ja ja ich bin ich bin jetzt bei dem Survival Games davor ok ich warte da ja ja und es ist halt richtig t t mitgelaufen und ja und ich bin jetzt erst mal wie gesagt und natürlich angelegt und nicht zur Weisung zu geblieben ich hoffe mal das reicht euch ich kann nicht ausschreiben und ja weil ich hier noch größer zu sagen und man kann halt nicht dagegen machen wirklich nicht es müssten nun gleich noch alle Kippen hier gefüllt in der Prozent der Schachtel nicht schlecht in der Bewerbungen damit war ein Kielführenden Karte so wie guckte erledigt könnt ihr mal ein bisschen hier auf der Karte umgucken eine sehr schöne kreierte Karte für diese Karte und wir sind naja die Bedeckung und ich würde und ich würde auch sagen das Video tritt man nicht so lange, weil es ist ja das Infovideo und ja Ciao